Die Gedanken waren frei, wer konnte sie erraten? Sie flogen vorbei, wie nächtliche Schatten. Kein Mensch konnte sie wissen, kein Jäger erschießen. Eins blieb es dabei, die Gedanken waren frei. Deine Meinung teilt uns kund, denn wir wollen dich rügen. Mit unlauteren Mitteln die Wahrheit verbiegen. Dich zensieren und löschen, dir Lügen auftischen. Doch was ist schon dabei? Wir sind es Tadellfleid. Denn heute sind Gedanken diktiert von den Banken, von hundert falschen Freunden, die Einfalt verbreiten. Mit Snapchat und Twitter, mit Facebook und Tumblr wird alles überwacht, was du jemals gedacht. Du kannst dich des Eindrucks nicht länger erwehren, dass Willkür und Verleumdung manch Medium beherrschen. So hast du die Ahnung, dass wir dich belehren. Deine Meinung ist verkehrt, deine kam gleich gesperrt. So legt man euch still in finsteren Zeiten, weil kritische Stimmen sich zu schnell verbreiten. Aus dem Kontext gerissen, Grundrechte vermissen. Glaube stets daran, dies ist erst der Anfang. Untertitelung des ZDF, 2020